Hallo wieder zusammen. In diesem Video erkläre ich euch, was zum Thema Gutscheine und wie das Ganze abläuft. Dass das ein Thema ist, was immer wieder gefragt wird, habe ich mir gedacht, jetzt drehe ich auch ein kleines Video, was euch da weiterhelfen kann. Bei Gutscheinen müssen wir ein klein bisschen vorbereiten und erstmal überlegen, wozu wir die überhaupt einsetzen möchten. Es gibt verschiedene Arten von Gutscheinen. Erstmal grundlegender Natur gibt es den Einzweck-Gutschein, also ein Kunde kauft, keine Ahnung, einen Gutschein für ein Weinpaket, was dann jemand anderes irgendwann abholen kommt oder einen Gutschein für eine Weinprobe, die am 27. irgendwas stattfindet, also ein Gutschein, der zweckbezogen ist. Hier passiert eigentlich nichts Großes. Ihr verkauft das einfach ganz normal und als Artikel und händigt einen Gutschein aus, unterschrieben und derjenige kommt dann und nimmt das mit und das ist eigentlich ein ganz normaler Artikelverkauf, außer dass die Ware noch bei euch bleibt, mehr oder weniger. Und die andere Art, das was eigentlich mit Gutscheinen so gemeint ist, das ist der Mehrzweck-Gutschein. Also hier kann der Kunde sich dann entscheiden, was er mit den 50 Euro zum Beispiel auf dem Gutschein macht, ob er dafür einen Wein kauft oder einmal bei euch in der Winothek eben isst. Das ist der Unterschied. Wir werden uns heute hier mit den Mehrzweck-Gutscheinen im Speziellen auseinandersetzen, weil die so ein paar interessante Einstellungen halt eben bedürfen, während der Einzweck-Gutschein einfach nur quasi ein Kauf ist mit späterer Abholung, wenn man das so will. Der ist nicht so spannend. Den kann man zwar auch in diesen Gutschein-Systemen vermerken, die ich gleich vorstellen werde, aber da gibt es nicht so viel zu tun. Bevor wir starten, sollten wir erstmal uns einen neuen Artikel anlegen und den halt einfach Gutscheinkauf nennen. Also das ist der Artikel, auf den nachher eure Sonderposten für Gutscheine gebucht werden, eure negativen Posten, die nachher der Gutschein verursacht, wenn ihr ihn einlöst. Warum ist das wichtig? Weil diese Mehrzweck-Gutscheine in der Regel in den Buchhaltungen anders verbucht werden. Und hier könnt ihr dann die entsprechenden FIBU-Konten in Zusammenarbeit mit eurem Steuerberater letztendlich eingeben. Und dann ist das auch alles gleich richtig verbucht. Und diesen Artikel markieren wir dann hier als Standard-Gutschein. Auch hier kannst du bei den ganzen Standardartikeln immer nur einen Artikel geben. Schaut euch hier auch das Video zum Thema FIBU an, wie das mit den Kontenrahmen funktioniert, erkläre ich da. Aber jetzt haben wir hier eben einen Artikel, mit dem wir auch Käufe auf Gutscheine und eben Verkäufe von Gutscheinen entsprechend kontieren können. Wenn euer Steuerberater unterscheidet zwischen dem, was ihr verkauft an Gutscheinen und dem, was ihr einlöst an Gutscheinen, könnt ihr euch natürlich hier auch jetzt noch einen weiteren Gutschein anlegen. Zum Beispiel den Gutscheinverkauf von euch, also einen Gutscheinartikel, einfach den ihr rausgebt, den ihr auf einen Beleg erfasst. Das bleibt euch vollkommen überlassen wie einen normalen Artikel. Das kann man auch für unterschiedliche Anlässe und mit unterschiedlichen Sätzen machen. Das ist gar kein Problem. Und den Artikel entsprechend behandeln. So, wie gehen wir jetzt vor? Wenn wir einen Gutschein verkaufen möchten, ich mache hier auch jetzt, wie ich gerade beschrieben habe, mal einen Geschenkgutschein, den ich letztendlich anlege als Artikel. Dem geben wir auch einen Preis, einfach mal als Standard dafür. So, wenn wir jetzt in einen Auftrag gehen, legen wir uns einen neuen Auftrag an und wir haben jetzt einen Kunden, der einen Gutschein eben kaufen möchte, zum Beispiel die Bärdarbeiter Bernd Beispiel möchte einen Gutschein kaufen, um einen Bekannten zu verschenken, können wir jetzt hier erstmal ganz normal, wie wir das auch schon kennen, unseren Geschenkgutschein eingeben, den wir eben angelegt haben. Jetzt gerade hier sieht man auch in der Regel 10 Euro und ich kann ja sagen, okay, der hat jetzt für 50 Euro einen Gutschein verkauft. Hier stelle ich ganz normale Rechnungen drüber und kann das beliebig nutzbar machen. Ich kann aber auch hier letztendlich auf Gutschein erstellen gehen und dann hier diesen Gutschein nochmal bei mir dokumentieren. Im Wert von 50 Euro. Wir können hier auch verschiedene Sachen einstellen, auf die werde ich gleich nochmal so ein bisschen eingehen, weil man diese Gutscheine natürlich auch in Webshops einsetzen kann. Das ist aber dann nochmal ein bisschen ein anderer Fall. Dafür braucht man dann den Gutscheincode. Ihr könnt natürlich auch diese Nummer auf dem Gutschein vermerken, die euch hier vorgeschlagen wird. Ihr könnt hier noch verschiedene Einstellungen annehmen. Aber hier machen wir den ganzen Klassiker. Der hat jetzt wirklich für 50 Euro den Gutschein gekauft. Wir sehen den auch jetzt hier ganz normal dokumentiert. Wir sehen unseren Geschenkgutschein von Bernd Beispiel. Für 50 Euro gilt ab 0 Euro. Man darf ihn einmal nutzen und das Ganze ist fertig. Wir erstellen die Rechnung. Er bezahlt eben die 50 Euro. In der Buchhaltung wird das hier eben auf das Konto dann gelegt für die Geschenkgutscheine, wenn ihr das entsprechend eingestellt habt. Jetzt kommt der andere Fall. Jetzt kommt der Freund von Bernd Beispiel und möchte unseren Gutschein wieder einlösen. Wir haben also hier einen neuen Auftrag vorliegen. Das kann zum Beispiel auch einfach nur ein Barverkaufskunde sein, der eben reinkommt. Und der hat jetzt einen Riesling hier gekauft. Und meinetwegen, das reicht uns jetzt auch hier erstmal schon, hat einen Riesling, den er erstmal kaufen möchte, für die 50 Euro, weil wir ja mehrere Fälle abdecken möchten. Jetzt können wir hier wieder auf Gutschein geben, wenn er uns jetzt eben diesen Gutschein gibt. Und hier sehen wir, ah ja, okay, er hat den Gutschein 64735. Daran können wir das auch suchen oder nach Bernd Beispiel suchen. Wir sehen hier die Gutscheinnummer oder den Gutscheinnamen, den wir hier eben eingegeben haben, sehen, das ist ein valider Gutschein und können jetzt hier auf das grüne Symbol klicken. Was wir jetzt sehen, das Ganze wurde auf unseren Gutscheinartikel, den wir eben als allererstes eingelöst haben, also den Gutschein Kauf gebucht. Der Gutschein wurde eingelöst. Wir sehen hier, dass entsprechend auch nur der Preis berechnet wurde, der dem Kunden auch in Rechnung gestellt wird. Und wir können das Ganze jetzt eben einfach mit einer Rechnung abschließen und verbuchen. Das wäre der Normalfall. Wenn wir hier nochmal in die Gutscheine reingehen, sehen wir auch, dass hier nur noch der Restwert da ist. Wenn der Kunde den jetzt ausgezahlt haben möchte, löschen wir einfach den Gutschein oder können ihn auch deaktivieren, um ihn zu streichen. Das können wir auch hier wieder einblenden. Und würden dann hier eben als Sonderposten nochmal den Gutscheinwert eintragen. Das waren es 38 Euro, ich weiß es nicht. Eintragen, auch natürlich als negativer Wert. Und könnten hier jetzt auch eine Eins-Auszahlung machen. Wir können es natürlich auch, wenn wir es steuerlich kontieren möchten, eben auf unseren Gutschein 9905. Dafür müssen wir natürlich einen Preis eingeben, dann kontieren und das nochmal gesondert ausweisen. Wir können natürlich auch hier sagen, okay, er hat den kompletten Gutschein eingelöst. Das sind einfach so unterschiedliche Wege. Und jetzt sehen wir hier, 38,10 Euro werden ihm ausgezahlt. Also da gibt es verschiedene Handlungsmöglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Über die Zuordnung wird alles auch entsprechend kontiert. Das Ganze wird jetzt abgeschlossene Rechnung gemacht und das Geld wird dem Kunden ausgezahlt. Der Gutschein bleibt so lange, wie gesagt, hier stehen, bis der Betrag 0 Euro erreicht. Dann wird er automatisch letztendlich ausgebucht. Wir können ihn natürlich auch löschen, deaktivieren, ein bisschen manuell damit arbeiten. Das sind Gutscheine für reguläre Aufträge. Das Ganze findet ihr auch in der Kasse. Schaut euch das Video zum Thema Kasse auf jeden Fall an, hier in den Geschenkgutscheinen. Da können wir auch die Gutscheine sehen und ganz einfach dann beim nächsten Mal einfügen. Soweit jetzt erstmal die normalen Multifunktionsgutscheine. Wir haben gesehen, wie wir sie anlegen können für den Verkauf. Was wir mit dem Standard-Gutscheinartikel bezwecken, haben wir gesehen. Und wie wir das Ganze dann letztendlich managen können in einem Auftrag, sodass auch alles sauber kontiert wird. Am Ende wird es dann über die FIBU übergeben. Alles soweit, kein Problem. In der Besonderheit stellen hier Gutscheine dar, die über Webshops genutzt werden sollen. Die finden wir, wenn ihr einen Privatwebshop habt von Weinbau Online, hier im Privatshop. Und hier unten rechts nochmal die Gutscheinverwaltung. Die ist ein klein bisschen anders, weil hier nur die Gutscheine auftauchen, die auch für den Webshop gelten. Wenn ihr möchtet, dass ein Kunde den Gutschein auch online einlösen kann, müsst ihr einmal an diese Stelle hier springen und das hier eintragen. Das ist einfach ein Marker, ein Unterscheidungskriterium, welcher Gutschein wo genutzt werden kann. Die meisten machen das nur bar vor Ort. Aber wenn ihr eben möchtet, nein, ich möchte, dass das auch über Online einlösbar ist, ist das natürlich gar kein Problem. Tragt den Gutschein hier entsprechend ein. Neben diesen vorausbezahlten Multifunktionsgutscheinen gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, Gutscheine dafür zu nutzen, dass man Promoaktionen oder Ähnliches gestalten möchte. Oder man hat Gutscheine, die man an bestimmte Personengruppen herausgeben möchte. Das können wir auch hier für den Webshop machen. Und wir geben hier wieder eine Bezeichnung ein, Webshop Aktion 2020 und können jetzt hier wählen. Wir können natürlich einen festen Europreis festlegen oder einen Wert in Prozent. Zum Beispiel können wir sagen 10 Prozent, gültig für einen Monat, also bis zum 11.03. Und wir sagen halt eben, okay, wir geben das raus und wir möchten nicht, dass das unbegrenzt genutzt werden kann oder da irgendwie was passieren kann. Also sagen wir, das machen wir maximal 50 Mal. Und wir möchten auch erst, dass dieser Gutscheinwert ab einem Bestellwert von 100 Euro gilt. Und hier sehen wir schon den Code, den wir dafür ausgeben können. Der muss eindeutig sein und aus Zahlen bestehen. Können wir natürlich aber auch, nein, den können wir nicht ändern, der wird vom System vorgeschlagen. Ein kleiner gedanklicher Hänger. Und wir können das jetzt so eintragen. Jedes Mal, wenn jetzt ein Kunde mit diesem Code bestellt, den wir jetzt rausgeben können, zum Beispiel per Newsletter, wo es eine Eingabemöglichkeit im Bestellprozess gibt für den Kunden, sofern ein Gutschein hier aktiv ist. Jedes Mal, wenn der bestellt, wird der ganz normal eingetragen. Und wir sehen hier eben, die 10% werden nur 50 Mal gewährt. Das wird runtergezählt. Also entweder das Datum wird erreicht oder diese Gesamtanzahl. Wenn ihr natürlich möchtet, dass das unbegrenzt geht, könnt ihr hier eben auch 5000 Mal die Anzahl einstellen. Was ihr so denkt, was sinnvoll ist für euch. Es soll einfach eine Möglichkeit geben, das ein klein bisschen zu steuern. Man kann hier auch ganz gut Promoaktionen machen oder auf Versandkosten verzichten, was im Webshop manchmal immer ein bisschen schwierig ist. Ihr könnt ja zum Beispiel auch sagen, ihr möchtet große Bestellungen fördern. Zum Beispiel ab 500 Euro kriegt man einen 50-Euro-Gutschein, um genaue, exakte Werte runterzusetzen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe immer pauschal 10 Euro Versandkosten oder ich möchte bestimmten Händlern oder bestimmten Großeinkäufern gewisse Sonderkonditionen einräumen, wenn ihr nicht über einen eigenen Shop regeln wollt, ist das auch mit Gutscheinen möglich. Das ist ein relativ flexibles System. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen und wünsche euch ganz viel Erfolg beim Gutscheineverkaufen.